Du hast alle Spielbretter vom Mario Party abgeschlossen, Schnüff. Es muss fast weinen, Verrührung. Du hast ein Vermögen trotz Hindernisse, das ist ein Beweis wahrer Beharrlichkeit. Es im Lohn verleihe es dir, dass Beharrlichkeit zu wählen. Es leuchtet, als wenn Flammen drin... Was? Es leuchtet, als wenn Flammen da drin ludern. Darin. Brrrr. Gewähle halten. Du hast doch vier Juwelen, bis du sie alle hast. Leg dich ins Zeugs, um ein Superstar zu werden. Okay. Was brauchen wir für Juwelen? Vier Stück insgesamt noch. Ja, das war klar. Die gibt es ja für die anderen Spielmoodleys, die es halt gibt, so. Das heißt, wir haben das quasi... Okay, Moment mal. Okay, ich hab's einen Minispulmoodle. Brau ist doch fantastisch. Ähm, ja, der KMX-Vertrag der Turm ist gesafft. Du hast das Beharrlichkeit zu wählen erhalten. Das ist ja noch eine Platzform. Dann machen wir einen Minispulmodus oder sowas. Also was haben wir jetzt hier? Das ist ein Tanzmodus. Beatbühne. Beweis dir dein Publikum in einer grandiösen Vorstellung, dass du einen Rhythmus im Blut hast. Okay, mach. Ja, da braucht man, glaube ich, Ton, das jetzt so umstandlich ist. Das ist, das ist cool, da ist die Mario Party-Insel. Ähm. Moment, ich hör uns das Ganze erstmal an. Ähm. Hier wird ein Flussarmer... Das ist cool an sich. Machen wir jetzt auch. Was haben wir hier? Partner-Party, Mario Party fürs Viya-Team, zusammen mit der Würfel bei der... Ja, komm, machen wir. Warte, das ist halt vorbei. Man kann sich frei bewegen. Dann sollten wir uns nicht an. Wir hatten aber auch noch den Modus hier. Ups. Ach, und da ganz hinten sind die ganzen Minispiele. Die wollte ich definitiv zum Schluss machen. Oh, was ist hier noch? Also, hier gibt es noch viel mehr auf dem List List. Gehen wir jetzt hoch und so? Oder Viya oder wo? Bläu. Bläu. Minispiele, okay, nee, ähm. Mach erstmal das Blaue. Ich würd, ich würd fast eher das zuerst machen, aber... Wollen wir schnell schnell schluck da rum? Ja komm. Das, das, das jetzt leider glaubest. Ja, okay, dann musst du... Warte mal, was sonst ist mal an. Ja, das geht ganz schnell hier. Das ist aber... Alle vier müssen mithelfen. Das geht schnell. Achso, das ist ein Minispiele an sich irgendwie, so man draften muss? Ja. Äh, ich kapier's nicht, was müssen wir machen? Ja, ich kann der Kontrolle eins halten. Oh, wie kannte verdammt. Jetzt! Are you in danger? Ok, ne? Ist das natürlich überhaupt nicht. Das ist so. Ja, es ist richtig. Scheiße. Das heißt, der Teufel war mal auf. Auf der Abenteuer. Das ist das erste Jahr. Das ist das erste Jahr. And diese Ort haben wir schon viele Fluss-Expeditionen begonnen. Von dieser Sacheströmung müsste man meinen, dass eine eine gemütliche Fahrt erwartet. Ja, leider falsch gedacht. Bis abwärts wird es ganz schnell, turbulent. Dort warten Donnerströne, Stromsnell und immer wieder sind Felsen mitten im Weg. Gut, wir müssen einfach dran vorbeidingern hier. Da kommen auch noch die... Wenn ich ehrlich bin, wird es nervend aufreißen. Nun ja, ähm, sage ich es doch. Am Manzlustellen teilt es der Fluss in zwei Arme. Es gibt viele Verweigerungen, dass Manzlust... Okay. Okay. So, es weiß nicht genau, ob alle wissen, was es bei Mervding zu beachten gibt. Sollen wieder Regeln durchgehen? Ja, bitte. Ähm... Die Bootsinsassen bewegen das Raft mit Hilfe ihres Pedals mit den... Nein, mit den, ähm... Des Pedals, ne? ...Pedal. Hahaha. Mit den Pedals vorwärts. Bei Ablauf der Zeit ist das Abenteuer sofort beendet. Okay, ist klar. Ähm, das... Schlazen lassen, eines Luftballons... Eines Ballon... Du stöck. Mit Minispiele. Gut, das ist ein Minispiele, wird in Tour dieser Paddelzeit belohnt. Yay, Paddeln! Ach, jetzt was die ist, okay. Wie paddeln wir nochmal? Okay. So. Okay. Probieren wir das mal. Fertig? Yeah! Hahaha. Loil. Ja, prima. Ja, wir nähern uns zu einer Startlinie. Okay, auf ins Abenteuer. Das ist lustig. Wir wissen, wie Antics sind beide gerade eigentlich was machen. Daisy macht dann gar nix. Achso, was jetzt, dass es losgeht. Das ist ja witzig. So, nach links oder nach rechts? Ah, ich glaube, wir müssen bis zum Schluss alle irgendwie auswählt haben. Wir probieren erstmal ganz links, okay? Einfach ganz, ganz links alles. Ja, witzig. Aber ihr dürft gar nicht. Das ist ein Argument. Jetzt. Bullshit. Das ist ausgewichen. Okay. Ähm. Wir bleiben trotzdem ganz links. Und dann... Nein, wir nehmen den und gehen danach nach links rüber. Ah, danke. Das war knapp. Was bringen wir in den Hürden? Ähm. Was wollen wir machen? Wir müssen sie... Wir müssen sie... Ah, aber wir müssen sie einfangen. Heiliges heiße. Kommt her, ihr Kleins, heiß Kinder. Hahaha. Ja, das erinnert mich irgendwie das, was die Baden-Wort machen müssen, wenn wir da das Praktikum haben, das Seid-Praktikum. Das ist aber nicht sehr gut. Wenn sie dich googeln, dann... Dann müssen wir auch gleich die Kinder rummenden. Alles gut. Hey, die Suche aus Superman in 64. Ja, so. Das sind nette Kinder hier. Falls... Meine... Falls du... Nein. Alles gut. Ähm. Das sind liebe Pinguine. David. David. Nehmt gegen. Schusch. Alle rein. Kommt Kinders. Unter der Sack begonnen. Wieso sie hinterher scheue ich? Wir müssen sie abfangen und dann mal reindrücken. Reinhetzen. Die sind so dumm. Esste. Warum sind die so behindert? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, du hast am meisten rein gemacht, oder? Ja, ich hab alle rein gemacht, weil... Du hast die mal rüber getrieben, ich hab's hier rein, aber... Ach, das ist vor allem so. Ja, das ist gemeinsam. Okay. Lull. Du hast drei Sekunden. Kannst du sowas hören? Ach so, bis dahin muss man's heal... Oh Gott, das ist so belastend. Du bist halt irgendwie immer auch bei der ersten Abswag... Noch nicht mehr bei der ersten Abswagung, ne? Rest, rest, nein? Shit. Okay, jetzt links. Also wir müssen... Ihr müsst. Ja! Bist ja lustig, Alter. Total. Alle Kerzen sind hinten. Okay. Hier ist keine Kerzen. Ah, mit A tut man die dann zünden. Hä? Hä? Irgendwas hat mich geklaut. Ja. Okay, weiß was D ist. Fledermäuse. 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 Ach so, man darf dir nicht in die Quere kommen. Aua, nein. Ich bin schon wieder weggetragen. So, komm, fang mal an. David. Sie haben mich entführt und schlimme Sachen mit mir getan. Ne, ich glaub nicht mit dir. Sorry. Nice hat. So. Ich hoffe nicht, wenn die jetzt CPUs schlagen. Leer verschleppt. Ah. Ah, nein. Geht weg ihr Trieb, Täter. Das ist dein kürzes Mensen. Sie verfolgen mich. Da fällt nicht mehr viel. Ja, welche? Da unten ist noch eine. So toll, einmal wurde sie sie weg. Er hat nicht bekommen jetzt keine Mützen deshalb. Du wurdest sie mitgenommen. Doch alle bekommen. Wenn keiner bekommt. Es geht um Zeit. Sag es, es gibt's Ragen. Und das sei 43 Sekunden dahin. So, ihr werdet. Linker Gang würde ich sagen. Ja, links. Also müsst ihr. Da steht das Wasserfall. Ja, nein, definitiv links. Wir gehen gegenstehen ein bisschen. Ich bleibe, weil nicht gegen die Wand. Und das hat bekommen so, das glaube ich es. Auf dem Erfolg. Ich beste mit bin Wasserbahn fahren. jetzt kommt Wasserfälle ihr müsst auch, hallo ich weiß den, 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 den den, 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 den uruba, uruba, uruba ihr müsst ganz hier ihr müsst ganz hier machen wir das rüber dann, generell, geht nach links nein, ja, meine, meine nein, oh Gott macht nix nächste komm, nein, nein, was macht ihr denn? das war nicht es, vielleicht doch so so und jetzt Dirk nach links du machst gar nix, Alter, was machst du denn? nach links, wir müssen, nach links nein, doch gut warum, was, was ist das? wenn du, wenn wir nach links, dann darf ich ja nicht wenn du, wenn du paddelst, paddelst du uns nach rechts ach ne, der Papa ist ja grad nicht gepaddelt du hast gepaddelt nein du hast gesagt, du, ich mach gar nix, aber nicht gepaddelt ok, guck mal, Mauerlauf oh, wieso hab ich grad so ein Assi-Teil hier also, ich verkacke es mal für uns alle ok, ich feine ich hab's gemacht ich hab's gemacht kann ich sagen, dass die Einheit nicht mal mitmacht das Staffellauf ist so dumm ja, aber die Einheit hat schon nicht mal mitgemacht, oder? doch na dann ich glaub, das ist ne Bombe, wenn man zu lange Zeit braucht hat man ein Problem ich mein, wenn die Bots das verkacken sind, werden alle am Ass, ne? ja aber ich glaub, du dumm sind die nicht wirklich es wird zu gemein aber ich bin zu dumm wenn du ein Lauf-Flow drin hast wenn du ein Lauf-Flow drin hast du viel schneller und kannst dich besser bewegen einfach Lauf-Flow hast du das? jaa so, komm, wir haben noch genüge Zeit wir sind gleich aus der S-Zone ja, da war's jetzt bisschen dumm aber wir haben's gesauft ui ui Feuerwerk passt das im Neujahr hm na, ist doch in Ordnung nicht das Beste, aber es ist in Ordnung tsch sollst ihr damit wieder rüberkommen ähm links, äh das passt auch Achtung, wir durften glaub ich nicht auf das Ding drauf so, äh keine Ahnung, was uns hier ein Glas erwarteten wird und effektiv nach Rests komm komm hier Rests, Rests ge- ge- ach, was macht denn die die pennt ähm links Rests Rests mhm sch- x- jetzt f- j- ja Fertig jaa wir malata zur f- f- j- ich muss auch so, das Sandnis natürlich ist ihr Rests über die Hapten, ne? die zweiten müssen wir auch packen, dann gibt's Luftballons Tür auf der Teamwork Manche Wege sind blockiert, sind erst frei, wenn ein Mitspieler sie auf den Expressen Insider stellt Äh, was? Wie? Ich kapier's nicht Was muss man machen? Um ist ein Schalter Ach, man braucht die Dinger Ach, was der ist Ach, da werden immer neue frei I get it Sag mal, wie der eine einfach AFK da hinten rumsteht Nee, sie steht auf dem Knopf, das könntest du nicht durch Ah, verstehe Wir machen von uns die Knopfarbeit Zwischendurch Wenn wir alle Geld gekriegt haben, die nah an uns dran sind Erreichbar Ich gehe nach links Ah, jetzt ist die Teamwork hier Ey, sie erhält die Gabe Dummheit Nee, wieso? Sie hat gerade durchgehen können beide holen, aber hat sie nicht Achso Sie hätte sich lieber komplett drüber gegangen, um sie auf den roten Knopf zu stellen Mit der VBS-Wer gekrapt Ich auch Bingo Salina Rutsche dir ein bisschen zurück, dann hört man sich besser Das Hotdog war ein Fehler Hab zu viel gegessen Das ist aber schon nach hinten, mein Freund Kommt, ich graben das Komm wieder dran Ja Ja Aber da kommt man dran Ihr auch, ey Oh, knapp Gleichzeitig steuern Wir werden schneller, wenn wir gleichzeitig steuern Komm, rüber, rüber Nein, das machen wir nicht mehr Jetzt kommen wir dran Da Die Summers Ganz fest Oh nein, komm, wir sind dran Egal, äh, links fest Auch, du auch Links, oder? Ja, wir machen links Gleichzeitig Einfach durch Nicht nur, wenn man lenken muss Aber jetzt Du mal kurz noch die wieder danach Genau Komm, 10 Sekunden plus Ups 3 Sekunden plus Nach Immer die ganze Zeit rödeln Äh, links, links Jetzt wieder mehr rödeln 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 Ja, wir brauchen das halt irgendwie so'n Bums hier Ähm Jeder von uns zählt Ja, und der Fall ist ein Minigame Sag mir nicht mehr Minigame zählt Nein, was macht Rosalina denn? Ich weiß es nicht Ich mach nichts Help me Bums Sei dumm Du musst durchgehen, damit wir schneller fahren Ich weiß Betreiben lassen Aber das ist kompliziert hier Aber wie weit gekommen sind Als der ist Hm, interessant Das war's für den Part Ähm Im nächsten Part Probieren wir uns nochmal Irgendwie zu einem Ziel zu kommen Keine Ahnung Werden wir das sehen Das ist einfach mit dem Part Soweit Macht's gut Bis zum nächsten Mal Und ciao Machen wir das nochmal Bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.